...wollen und werden sich wieder an die Spitze tanzen, denn sie bringen viel Talent mit und die Gabe nicht nur für sich, sondern für das Publikum zu tanzen. Und auch das war ein langer Prozess, vor allem für den eigenwilligen Franco Formica. So, jetzt wissen wir alle Details über die Tänzer, die uns... ...wollen und werden sich wieder an die Spitze tanzen, denn sie werden sich wieder an die Spitze tanzen. ... ... ... ... ... ...